Ja, hallo Leute und herzlich willkommen hier zu meinem ersten Video mit Stimme. Vielleicht hört ihr es, ich bin ein wenig erkältet und meine Stimme ist etwas im Arsch, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich zeige euch heute einfach mal meinen Toaster. Den habe ich vor kurzem gebaut. Hier haben wir den. Und ja, das da ist ein Schrank und das hier ist so ein Küchenbrett, wo man so Gemüse und so drauf schneiden kann. So, dann nehme ich jetzt mal hier ein Toastbrot aus dem Schrank. Hier haben wir es jetzt. Und hier kann ich jetzt drücken, um es in die Hand zu nehmen. Ja, ich möchte euch zuerst aber noch zeigen. Hier, also das hier ist der Knopf, damit ich das Brot hineinlegen kann. Wenn ich jetzt hier drücke, passiert nichts. Das geht halt erst, wenn ich natürlich das Brot auch in der Hand habe. Das heißt, ich nehme das jetzt mal, hier haben wir es, und mache das dann jetzt mal hier rein. So, hier haben wir es jetzt. Und dann möchte ich natürlich auch noch ein zweites Brot haben. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier in den Schrank und nehme hier noch eins. So, und dann nehme ich es wieder in die Hand. Hier haben wir es wieder. Und dann drücke ich wieder hier drauf. So, das ist jetzt auch dran. Und ja, wenn wir jetzt genau hinhören, hören wir gleich, wenn sie fertig sind. So, da war es. Und ja, das heißt, die Brötchen oder die Brote sind jetzt fertig und wir können sie essen. Und ja, das war es dann mit diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und dann bis morgen. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Amen.